Ich möchte euch heute eine Seite vorstellen und zwar nennt sich die Ladas.com. Hiermit habt ihr die Möglichkeit aufzunehmen, also irgendwas von euch aufzunehmen und eure Stimme oder das Aufgenommene dann jeweils in eine Stimme von einem berühmten Sänger oder eines berühmten Charakters wandeln zu lassen über künstliche Intelligenz. Ihr seht hier schon Homer Simpson, Angela Merkel und so weiter. Wir gehen hier mal ganz kurz auf See All, denn haben wir nämlich eine kleine Übersicht von den ganzen Möglichkeiten, diese Stimmen, die ihr auswählen könnt. Und hier haben wir schon mal die ersten paar, die angezeigt werden. Das sind aber noch ganz, ganz viele mehr. Ja, wir haben hier Pink mit bei, wir haben hier Eminem mit bei, sogar Chester Bennington, rest in peace, Freddie Mercury, Michael Bublé und so weiter. Kommen mit der Frosch. Also hier ist alles gemischt. Ihr könnt das sortieren nach Kategorien, Sänger, Charaktere etc. Oder ihr geht einfach auf See All, so wie jetzt. Und dann seht ihr hier alles, was möglich ist. Ihr seht, bei manchen steht immer Pro mit dabei. Das hat natürlich Kostengründe. Das heißt, wenn ihr die Pro-Version benutzt, dann sind diese auch mit dabei. In der normalen Version habt ihr dann alle die, wo kein Pro mit bei ist. Und dann gibt es halt noch die Super Basic-Version. Da habt ihr dann einfach nur 30 Stimmen. Das sind, glaube ich, dann die ersten 30, meine ich so ungefähr. Ja, wie ihr seht, es sind sehr, sehr viele, die ihr hier auswählen könnt. Und wenn ihr euch jetzt für irgendjemanden entschieden habt, wir gehen jetzt mal weiter hoch, da hat er wahrscheinlich schon etwas mehr geladen. Wir sagen jetzt mal Arianda Grande. Dann habt ihr halt diese Vorschau, wie das Ganze sich anhört. Aber auch hier bei Dua Lipa. Wisst ihr Bescheid? Alles klar. Also, wenn ihr euch für jemanden entschieden habt, dann geht ihr dort drauf. Hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, eine Datei aufzunehmen direkt oder eine bereits aufgenommene Datei hochzuladen. Vorab würde ich euch noch empfehlen, hier auf Pitch zu gehen, falls ihr mit der ganzen Aufnahme, also mit eurer Aufnahme, eine Oktave höher oder runter möchtet. Das empfiehlt sich zum Beispiel, wenn ihr eine sehr, sehr tiefe, basslastige Stimme, Männerstimme jetzt zum Beispiel habt und ihr möchtet einen Frauenbocal haben, dann solltet ihr auf jeden Fall hier auf Pitch gehen und das Ganze auf Abstellen, damit ihr noch eine Oktave höher kommt. Und falls ihr eine Aufnahme haben solltet, wo Musik im Hintergrund spielt, dann geht ihr hier auf Remove Background, dann wird die Hintergrundmusik bei eurer Aufnahme entfernt. Ich empfehle euch aber für ein perfektes Ergebnis eine möglichst klare und perfekte Aufnahme zu machen. Ich nutze dafür standardmäßig Adobe Audition. Hier habe ich jetzt zum Beispiel einfach mal eine Aufnahme reingehauen, die einfach völlig sinnlos ist, aber damit ihr mal seht, was ich meine. Das ist hinter einem richtig coolen Beat. Könnte wahrscheinlich auch cool klingen. So, das ist auf jeden Fall egal, was ihr aufnehmt, exportiert ihr als WAV und dann wählt ihr das Ganze hier als Upload aus. So, das Ganze lädt ihr jetzt einmal hoch, also lädt das Ganze hoch und fängt an zu zaubern. Das kann je nach Größe des Projektes auch einige Zeit dauern. Irgendwann ist es dann aber fertig. In der Regel dauert es nicht so lange. Je kürzer die Datei, desto schneller geht es auch. Und dann habt ihr ja schon das Ergebnis. Das würde sich jetzt so anhören. Immer noch völlig sinnfrei, aber klingt doch schon mal richtig cool, oder? Das Ganze könnt ihr dann direkt runterladen und habt das als WAV-Datei gespeichert. Kommen wir ganz kurz zu den Kosten bei dem Ganzen. Das sind jetzt die aktuellen Kosten. Die können natürlich, je nachdem wann ihr dieses Video schaut, nochmal variieren. Das Ding hier ist for free. Das heißt, ihr könnt es auf jeden Fall einmal kostenlos ausprobieren. Habt drei Stimmen zur Auswahl. Ich habe jetzt dieses Paket hier genommen für 30 Voices. Ihr könnt es auch so machen, so wie ich zum Beispiel. Ich habe das jetzt einmal gekauft. Kostet 12 Dollar, also roundabout 11, 12 Euro. Und dann könnt ihr halt einen Monat lang das Ganze nutzen mit 30 Plus Voices. Das heißt, 30 oder ein paar mehr sogar könnt ihr das Ganze nutzen. Die Konvertzeit ist schneller, weil bei free dauert das alles ein bisschen länger. Ihr könnt das kommerziell nutzen, aber ganz ehrlich, das kommt auch keiner hinter, wenn ihr das free macht. Aber ihr könnt es halt hier nicht herunterladen. Außer, kleiner Pro-Tipp an dieser Stelle, ihr macht einfach eine Bildschirmaufnahme, so wie ich jetzt gerade für dieses Video. Lasst das abspielen und nehmt damit dann das Ganze auf. Könnt ihr jetzt machen, was ihr wollt mit dieser Information. Jedenfalls, das hier ist dann nochmal die Pro-Version natürlich. Da habt ihr dann alles nochmal drin, alle Voices, auch die Pro-Voices und Download in High Quality natürlich. Genauso wie bei der Basic-Version. Den Link zu ladas.com findet ihr in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren. Es kann sein, also wenn ihr über meinen Link reingeht, kann es sein, dass euch unter Umständen auch ein Angebot angezeigt wird. Das ist nicht immer so, das kommt darauf an, was gerade Phase ist. Wenn ladas.com sich gerade entscheidet, ey, wir machen ein geiles Angebot, dann seht ihr es auf jeden Fall sofort über meinen Link.